Und dann brauchen wir eigentlich auch noch Energy Upgrades, aber dafür müssen wir wieder erstmal mehr Eisen haben. Also ich hätte wirklich nochmal eine größere Mining Session machen müssen. Das ist auf jeden Fall etwas, das ganz klar ist. Ich werde mehr Minen gehen müssen. Aber das machen wir dann, denke ich mal. Muffler Upgrade kenne ich, aber kostet Stahlstaub. Und das Problem ist, dass wir Stahlstaub ja gerade für Stahl brauchen, weil wir Stahl brauchen, um die anderen Dinge herzustellen, weil das Enriched Alloy in diesem Pack Stahl braucht und halt nicht einfach Eisen, wie das glaube ich später ist. Das heißt, wir brauchen den Stahl, um das Enriched Alloy herzustellen, damit wir die anderen Upgrades machen können. Deswegen ist Muffeln erstmal nicht so wichtig. Denn theoretisch gesehen kann ich Muffeln halt auch einfach machen, indem ich hier reingehe und dann halt Blocks runtersetzen, was ich schon gemacht habe. Also ich habe den schon auf 30%, das ist also schon gut gemuffelt. Ich will die Geräusche schon noch hören, deswegen stelle ich meistens auf 10%, also ich mache meistens 7 von 8 Muffel Upgrades rein. Aber ich will halt auch noch andere Blocks tun, deswegen habe ich es auf 30%. Ich werde das auch wieder auf 100 stellen, sobald wir Muffel Upgrades haben, aber aktuell können wir uns die Muffel Upgrades nicht leisten, deswegen mache ich es mit der Config. Und da denke ich, es ist 30% okay. Damit kann man gerade noch so leben. Also es ist zwar kacke, es ist wahrscheinlich auch nicht gerade leise, aber es ist halt auch nicht super laut, hoffentlich. Ich weiß nicht genau, wie das in der Aufnahme rüberkommt. Ich weiß auch nur, wie es für mich ist. So, 4 und 32, dann würde ich sagen, wir schmeißen die 64 Govel nochmal hier rein. Das wird jetzt langsam durchlaufen. Und mein Atom-Betit-System ist jetzt fertig, das ist super. Denn dann kann ich den schon mal auf, sagen wir mal, Vayne-Modus stellen und den nochmal ausprobieren. Und dann würde ich sagen, beenden wir vorhin auch den Stream. Das reitet noch raus. Die haben wir in den Stirlers können nochmal hier rein. Der Cobblestone kam weg. Haben wir eigentlich Forestry Backpacks? Die haben wir, ne? Backpacks haben wir ja gerade schon gesehen. Ich hätte eigentlich gerne mal Backpacks. Aber dafür brauchen wir Strings und Wolle. Und Wolle haben wir nicht. Aber wir haben Strings. Also könnten wir eigentlich uns mal ein Miners Backpack machen. Der kostet nämlich nur 2 Eisen und wir haben nicht einmal mehr 2 Eisen. Weil wir alles in Stahl umgewandelt haben. Auch hier haben wir jetzt keine mehr stehen. Also nein, wir haben jetzt wirklich 0 Eisen. Das ist natürlich ganz toll. Aber ein Dickers können wir uns machen und der kostet nur Stein. Also eine Kiste. Und dann ein Dickers Backpack mit 2 Wolle. Dann brauchen wir nochmal 2 Wolle für den Miners Backpack danach. Einmal Dickers Backpack. Den stelle ich auch meistens so ein. Dass er rauspackt. Denn der Dickers Backpack nimmt halt automatisch Cobblestone auf. Zum Beispiel. Und ähnliche Items. Und wenn man den aber im gelben Modus hat. Also so nimmt er halt nichts auf. Das ist da der Vorteil. Also wenn ich hier sowas hin schmeiße, nimmt er nichts auf. Dann bleibt es im Inventar. Aber so kann man nicht irgendwie einstellen, dass er sein Inventar füllt aus dem Inventar, wo man draufklickt. Also zum Beispiel kann ich jetzt, weiß ich nicht, so Schrift rechts klicken. Und dann hat er sich den Stein rausgenommen, weil Stein auch in den Dickers Backpack passt. Und mit Gelb füllt er nach. Was heißt, wenn ich da jetzt Cobblestone drin habe und ich benutze Cobblestone, füllt er den immer auf 64 nach. Das sind alles ganz nette Features. Und deswegen habe ich den jetzt mal kurz gemacht. Und für Eisen müssen wir jetzt natürlich nur nochmal vier Strings mitnehmen. Und dann halt einfach Eisen einmal haben. Haben wir gerade mal kurz irgendwie Eisen hier noch? Ich würde eigentlich gerne nochmal schnell den Backpack bauen. Aber vermutlich finde ich nicht mal eben Eisen. Was ich aber eigentlich finden müsste, ist, dass der Tomic Dissens dann, glaube ich, Obsidian abbauen können müsste. Denn der ist ja eigentlich Diamond Mining Level, soweit ich weiß. Ich bin der meinte, der müsste Diamond Mining Level sein. Das können wir mal gleich ausprobieren. Ich stelle dich mal auf das Fast Speed. Das ist wirklich mal Fast Speed. Das sehe ich ein, dass das Fast ist. Oh ja, das ist ganz nett. Damit kann man sich auch 3x3 Mining Tunnel leisten. Nicht, dass ich das wirklich... Ich meine, ich weiß gar nicht, warum ich überhaupt 3x3 treffe. Denn wir haben ja halt keinen Hammer, der das kann. Also vielleicht sollte ich hier einfach auf meine guten alten 1x2 Hammer zurückgehen. Denn Project E Hammer können wir nicht machen, weil wir keinen Darkmater craften, können wir keinen Tionistute craften, können wir nehmen, weil wir den Platz, was doch nicht craften kann. Und ich glaube, andere Hammer haben wir tatsächlich gar nicht, die irgendwie dann 3x3 abbauen könnten. Ich glaube, die gibt es in diesem Pack nicht. Das heißt, wir können eigentlich nur mit dem Atomic schneller bauen. So, äh, Vayne Upgrade wollte ich ja mal ausprobieren. Yay! Wow. Der Ball ist zwar ganz der Vayne, aber es ist halt auch echt anstrengend, da ranzukommen an die Items. Irgendein Drill? Ja, aber nur die Industrial Craft Drills und die machen auch kein 3x3. Also keine Mersive Drill. Das ist jetzt fast. Wie kriege ich es denn? Wie schnell ist es denn normal? Ist auch okay. Die Frage ist halt, ob ich nicht einfach sage, ist mir doch egal. Ich mache jetzt halt einfach einen 1x2 Gang. Dann mache ich halt nur 1x2 Gänge statt 3x3. Hält mich ja eigentlich auch nichts von ab. Ich meine, außer dass ich jetzt wieder zubauen muss. Das gibt es doch eigentlich auch keinen Grund zu sagen. Ja, ich muss ja unbedingt 3x3 haben. Das ist halt einfach nur mein Standard-Leard, weil ich normalerweise mit Tinkers spiele. Und Tinkers mir ja meine Hämmer gibt. Und mit Hämmern kann ich ja 3x3 einfach bauen. Ist ja viel geiler. Aber wenn ich das nicht habe, warum nicht auch einfach 1x2? Und ja, ich baue gerade Cobblestone hinten, wo ich das jetzt abgebaut habe. Einfach nur, weil ich es nicht mag, wenn Dinge unordentlich sind. Also, können wir noch so zubauen. Aber dann ist es ja schon mal ganz nett. Dann haben wir nämlich eine Möglichkeit, um, wenn wir jetzt auf Fast, auf Normal-Modus schalten, ziemlich schnell uns hier durchzugraben und auch Obsidian abzubauen. Auch wenn es für Twitch wahrscheinlich gerade schon super dunkel wird. Aber das geht. Muss dann nur gucken, auf welche... Das Nervige ist halt nur bei 1x2 Gängen, warum ich sie meistens nicht nutze, ist, dass ich einfach das nicht mag, wenn ich nicht weiß, wie viel ich darf, damit ich Fackeln abbauen, nutzen kann. Ich weiß genau, wenn ich meine 3x3 Wienenschächte mache, dann muss ich jede immer eine Fackel setzen, wenn er bei 2 ist. Also hier müsste ich jetzt eine Fackel setzen. Aber da ich nur 1x2 mache, ja, also, ja, 1x2, muss ich irgendwo anders setzen. Da muss ich immer gucken, wie weit das weg ist. Das sind irgendwie 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, 6 oder so. Aber das ist halt blöd. Und anscheinend im Vein-Mining-Modus baut er halt Veins ab und ansonsten mit Normal. Und das finde ich gerade sehr gut. Und das sorgt dafür, dass ich einfach ganze Erzten auf einmal mit abbaue und mich darauf nicht konzentrieren muss. So wie jetzt. Was bestimmt besonders bei Kohle eine super Sache ist. Oder bei sowas nerviger wie dem Kram hier. Ja, oh, ist das geil. Uh, ist das nett. Und das freut mich gerade echt, dass das so schön geht. Ich bin normalerweise absolut kein Freund von Vein-Mining. Absolut nicht. Ich hasse Vein-Mining normalerweise, weil es halt viel zu einfach ist. Aber das hier ist richtiges Vein-Mining in dem Sinne, dass ich das normalerweise kacke finde, weil es halt nicht erarbeitet werden muss. Normalerweise brauchst du nur eine Taste gedrückt halten und kannst Vein-Minen. Und das hier ist eine Art von Vein-Mining, die ich unterstütze. Es ist Vein-Mining, das man sich erarbeiten muss. Auch wenn es trotzdem noch echt OP ist in dem Sinne. Aber es ist irgendwie cooler als das meiste andere Vein-Mining, was ich bisher in Packs hatte. Also ja, da bin ich tatsächlich ein Freund von, von dem Zeug. Und ich habe jetzt schon 25 Eisenherz. Ich liebe es. Strip-Mining ist halt einfach effektiv. Muss man einfach mal so sagen. Muss man einfach neidlos anerkennen, dass Strip-Mining halt einfach effektiv ist. Oh, Obsidian. Genau, Uran. Habe ich richtig geschätzt? Das ist... Oh ja, ich werde langsam gut darin, das einzuschätzen. Gib mir Eisen. Oh, ich liebe das. Redstone! Ich freue mich tatsächlich jetzt richtig über Redstone, weil wir so wenig Redstone haben im aktuellen Stand hier. Wir haben extrem wenig Redstone. So, hier vielleicht? Dann noch einen weiter. Noch einen weiter. Einzig blöd ist, dass man beim Vein-Mining auch ständig darauf achten muss, dass man die Dinger wieder zubaut. Oder sie halt offen lässt, was dafür, dass die Minimap-Kacke aussieht. Aber, naja. Super, dann haben wir schon mal wieder genug. Jetzt können wir nochmal schnell nach oben und das Eisen benutzen und dann uns noch ein Miners-Backpack machen. Verarbeitetes Uran? Nein. Das ist Uran-Ohr. Aber es ist halt Industrial Craft Uran und dementsprechend sieht das schon gleich irgendwie komisch aus. Also, das ist Industrial Craft Uran, also sogar Industrial Craft Classic. Und das wiederum musst du dann halt komprimieren, damit du Refined Terrain geben kriegst. Und das kannst du dann für Zeug nutzen, wie deine Juk. Ja, habe ich eine Nuke gesagt? Natürlich meine ich, äh, ja, genau. Natürlich meine ich eigentlich, äh, hier die Uran-Zellen. Dafür nutzt du es ja eigentlich. Ach ja, genau. Genau, ja. Du kriegst, äh, das ist Industrial Craft Classic, deswegen kriegst du Uran-Erz in der Form. Stimmt, in späteren Versionen, in späteren Versionen kriegst du Uran-Erz ja auch als Stein-Erz und musst es dann in der Thermal-Centrifuge da zusammenbasteln. Genau, da war was. Stimmt. Ich hab schon, ich hab, wie man merkt, schon sehr lange nicht mehr mit Industrial Craft richtig proper gearbeitet. Ich glaub, das letzte Mal mit Industrial Craft hab ich in der 1.7.10 mit, äh, äh, FTB-Infinity-Evo oft gespielt, das auch nur, weil man's halt musste mit dem Expert-Mode. Sonst, äh, ab der 1.7.10 hab ich eigentlich nur noch Thermal und Ender-Iopen-Ust, weil's einfach so viel besser ist, als, äh, als, als, in der Sir-Craft. So, und jetzt schmeißen wir aber nochmal wieder alles rein. Äh, Zinn kann rein, Let kann rein, Silver kann rein und vor allem aber wollen wir Eisen da reinpacken. Also lass das noch mit dem Tin, wir wollen Eisen. Und jetzt kriegen wir richtig schön Speed. Aber noch nicht wirklich was anderes. und hab ich jetzt grad, ja, ich muss F7 einmal ausschalten. So, du kommst da rein, das Tin aber auch kommt da oben rein. Die kommen auch hier rein, dann ist das gut. Jetzt brauchten, wollten wir uns nen Backpack machen fürs Mining und dann können wir auch mal richtig minen gehen desnächst. Denn, ja, das Zeug einmal und dann Backpack aus Forestry für Mining, der dann eben auch entsprechend Erzler mitnimmt. Da brauchen wir noch ne Kiste für. Zack. Damit haben wir die zwei wichtigsten Backpacks schon mal abgearbeitet. Super. Und Cobblestone brauche ich auf dem Slot und dann sind wir glücklich. Und dann habe ich Essen ja noch dabei, das heißt, das ist auch okay. Sehr schnell. Würde ich sagen, wir behalten diese Folge hier. Ähm, jetzt ist es natürlich schon wieder 4,23, aber ich mache eh meistens ein bisschen länger als 30 Minuten, also wird das schon irgendwie passen. Dann wird das schon irgendwie passen. Also, kriegen wir das hin. Oder mache ich noch mal ne halbe Stunde oder so. Weißt du was, ich mache noch mal ein bisschen. Ist ja doch nicht spät, ist ja erst halb drei. Pfff. Ich meine, halb drei ist ja noch nicht spät. Wer würde denn behaupten, dass halb drei spät ist? Ähm, ja. Mal eben so. Mal eben so was. Jetzt bin ich gerade, weiß ich gerade den Kontext nicht. Äh, ich glaube, ich nehme noch mal 30 Eisen und mache da raus. Ah ne, es müssen schon 32 sein. Äh, mache noch mal mit 32 Eisen und acht Kohle und mir noch mal Stahl, denn ich werde ja wieder Stahl brauchen. Also gebe mir noch mal ein bisschen mehr Stahl. Genau. Genau. Genau das. Na ja, nicht eine halbe Stunde insgesamt, sondern eine halbe Stunde voll machen. Ist es ja. Ähm, also vier Uhr, also ich habe jetzt vier Stunden 20 auf der Session Uhr. Ich habe fast sofort angefangen und ich habe nicht viel gecuttet. Das heißt, ich muss so vielleicht 38 oder so da stehen haben. Aber halt 24 ist dann ja schon 24 Minuten über der Null, also 400 Marke. Was heißt dann, ich will ja ungefähr 30 Minuten Folgen daraus schneiden können. Und das heißt, dass ich halt ungefähr auch dahin kommen muss mit. Und ich will zwar nicht, ich muss zwar nicht 100% darauf achten und dann ist die letzte Folge halt kürzer. Das ist dann halt so. Oder eben länger. Aber, äh, wenn ich sowieso jetzt gerade dabei bin und nicht das Problem habe, noch länger wach zu bleiben, weil ich halt morgen ja sonntags nichts machen muss. Ist ja Sonntag. Ähm, dann ist es halt, ja, was ich einfach machen kann. Ist ja egal. So, jetzt machst du bitte mal kurz das bisschen Stack hier in Sand, denn dann kann der Ritch and Shame aber wenigstens arbeiten. Und dann brauchen wir acht hier drin. Zack, rein. Und jetzt habe ich, glaube ich, irgendwo das nicht drin. Ja, hier nicht. 32 Eisen, rein da und let's go. Und du kriegst bei weitem nicht genug. Think RF, ich weiß. Ich glaube, unsere Kabel sind zu langsam. Ich glaube, das ist gar nichts anderes, als dass unsere Kabel zu langsam sind. Aber ich glaube, die besseren Kabel kosten auch wieder diese dämlichen Alloys. Ja, aber nur eins pro acht. Okay, das ist natürlich gar nicht so schlimm. Es war eins pro acht. Dann können wir das vielleicht sogar uns leisten. Jetzt, wo wir wirklich wieder neues Eisen haben und zwar gute Mengen. Also, Vayne-Mining-Modus ist wirklich nice. Ich hatte gar nicht erwartet, dass der so geil ist. Ich wusste, ich hatte erwartet, dass der gut ist, aber nicht so gut. Vielleicht sollte ich das ein bisschen... Ich muss Energy Upgrades machen. Ich merke es schon. Sonst bringt mir das Beat nix. Ja, fünf Upgrades scheinen okay zu sein. Also, nicht im Sinne von wirklich okay, aber im Sinne von gerade so in Ordnung. Jetzt läuft er hier durch. Das ist so schön, dass es alles läuft. Wir brauchen noch mehr Gold. Das ist glaube ich, was wir auf jeden Fall brauchen. Wir brauchen mehr Gold. So, noch vier Speed Upgrades. Dann haben wir auch alle Speed Upgrades, die wir haben wollen. Vier Speed Upgrades. Dann haben wir alle Speed Upgrades, die wir haben wollen. Ich glaube, ich brauche noch mal so ein bisschen, ein bisschen neuen Cobblestone brauche ich noch. Ah ja, stimmt. Das funktioniert ja so nicht. So. Dann haben wir jetzt hier schon mal acht. Die Smalte wird wahrscheinlich gleich aufgeholt haben, das Eisen. Das ist ganz gut. Dann können wir da gleich Stahlbarren draus machen. Und die können wir dann wieder zu dem Alloyzeug machen. Denn jetzt haben wir auch wieder Redstone. Wir können also auch wieder ein bisschen Alloyzeug herstellen. Man merkt halt wirklich, wo ich nur Speed Upgrades reingepackt habe. Meine Fresse. Ich muss, denke ich, wirklich gleich mal anfangen, Energy Upgrades zu craften. So. Du hast gar keine Upgrades, ne? Hier, du kriegst jetzt erstmal deinen Redstone. Und dann Stahl dazu. Und dann können wir wenigstens nochmal die letzten vier Speed Upgrades machen, die wir noch reinpacken müssen. Und dann schlägen wir los mit Gold. Also mit Energy Upgrades. jetzt haben wir hier vier, hier fünf. Das ist auch hier vier jetzt bitte. Und hier haben wir jetzt auch vier. Und hier haben wir sechs, ne? Ja. Deswegen kommt das auch hin. Wenn wir jetzt nochmal vier machen, kommt das genau hin. Dass wir die wichtigsten Maschinen jeweils geupgradet haben. Und dann brauchen wir nämlich 32 mal 2. Also nochmal 64 Stahl nur dafür. Also brauchen wir 64 Stahl nur dafür. Aber wir werden jetzt erstmal nur 32. Die können wir aber schon mal machen. 32. Sind hier dann auch wieder vier mal acht. Also vier Redstone da mit drin. Äh, Kohle mit drin. Redstone reicht hier. So. Gravel. Haben wir gleich wieder genug. Eisen läuft durch. Stahl. Stahl. Sehr schön. Kohle. Und die kommt dann wieder hier rein. Die zwei an das ich packe jetzt schon mal rein. Ich brauche ja nicht vier. Ich brauche ja acht. Muss ja vier Kohle da reinpacken für 32 und vier Kohle da rein. Deswähchen kommt das nicht hin. So. Und in der Zwischenzeit hat der hier acht gemacht. Also können wir jetzt noch die letzten vier Speed Upgrades craften. Auch wenn wir die gerade überhaupt nicht brauchen. Aber jetzt habe ich meinen Stapel wenigstens leer. Und jetzt fangen wir an nur noch Energie Upgrades zu craften. die 12 also schon mal rein. Jetzt brauchen wir nämlich wirklich wirklich dringend ein paar Energie Upgrades. 260. Eins muss da noch rein. Das ist auch richtig. Das passt. Und ich glaube inzwischen sind wir auch an dem Punkt wo unser Energy Cube leer ist. Das heißt das sind jetzt so langsam echt Sachen wo ich vermutlich einfach das auf Camera laufen lassen sollte. Oder wir brauchen halt mehr Gold. Aber dafür müsste ich erst noch meinen gehen. Eigentlich wollte ich jetzt nicht nochmal zum Ende meinen gehen. Boah ich habe zu wenig getrunken. Toll mein Wasser ist natürlich auch leer. Naja. Bin ja gleich fertig. 300 kommt hin. Super. Acht Stahl wieder hier rein in den Smelter. Da haben wir schon mal ein bisschen solches Zeugs. Compressed. Compressed. Sehr schön. Und dann müsste das jetzt soweit gut durchlaufen. Okay. Ich glaube ich warte jetzt noch auf diese zwei Kohle und dann mache ich glaube ich Schluss. Ich glaube das kommt ganz gut hin. Dann kann ich nämlich die zwei Kohle noch hier reinpacken. Dann kann ich den ganzen Stahlstaub schon mal noch fertig machen. Der Energy Chamber läuft ja schon perfekt. Und dann haben wir nämlich schon mal den ersten großen Schritt in dem Sinne erledigt. Jetzt packen wir aber nochmal die ersten Speed Upgrades schon mal rein. Achso. Mit dem funktioniert das ja gar nicht. Ich bin... Ja. Ich sollte ins Bett. Ich sollte ins Bett. Auf jeden Fall. Die acht müssen natürlich noch hier rein. Aber da haben wir schon mal acht. Gleich haben wir da sogar zehn. Ich glaube ich werde aber auch mehr Redstone brauchen. Das wird nochmal ein Redstone oder so. Oder vier Redstone kommen hier nochmal gleich rein. Hier müssen wir nochmal schnell rein. Die zwei Kohle müssen hier noch rein. Dann müssten wir jetzt auch hier 300 haben. Das müsste fast das gleiche sein wie hier. Ja. Genau das kommt hin. Und da haben wir gleich ein paar Energy Upgrades. Dann haben wir das nämlich auch schon mal angefangen wenigstens Energy Upgrades überall zu verteilen. Ich denke ich fange auf jeden Fall mal an indem ich hier vier Stück rein mache damit er wenigstens genauso fast genauso effizient ist wie er schnell ist. Das sollte ja schon helfen. So und dann haben wir schon mal weniger Energieverbrauch. Jetzt ist er hiermit auch fertig. Das läuft auch wirklich nur noch mit den letzten paar Ärzten hier durch. Da haben wir nochmal mehr Redstone. Ich denke mit nochmal vier Upgrades kommen wir dann auch ein bisschen weiter. Den 1 können wir noch machen. Dann haben wir nämlich hier den Enrichment Chamber auch auf dem gleichen Level. Ah ne haben wir jetzt ja schon. Jetzt noch zwei Energy Upgrades reinpacken ist er ja schon auf dem gleichen Level wie er verbraucht. Das heißt ich müsste jetzt höchstens halt nochmal die anderen Sachen aufwerten. So da haben wir jetzt schon mal zwei. Ich denke mal die packe ich jetzt in den Ach ist eigentlich egal in was ich das reinpacke. Der läuft noch durch. Ich packe sie einfach da direkt rein. Hat da wenigstens volle Effizienz. Speed Upgrades kriegt er dann noch dazu. Und dann hat das ist da wenigstens schon mal eine Maschine voll. Auf 8,8 ist ja dann wenigstens schon mal voll. Das ist dann eine Sportage ist auch ganz gut damit kann man leben. Und die drei Eisen jetzt schmeißen wir nochmal rein und dann haben wir nämlich am Ende ganz viel Eisen und so weiter. Sehr gut. Okay. Dann machen wir Schluss für heute. Der Rest läuft jetzt von alleine durch. Also der macht jetzt ja noch Eisenbarren hier macht er jetzt noch zu Stahlstaub. Für den Stahlstaub kriegen wir dann ja auch wieder. Also es ist tatsächlich eine ganz gute Position gerade. Den Stahlstaub schmeiß ich nochmal hier rein, damit er auch nochmal durchläuft. Und dann können wir das nächste Mal Energieupgrades machen. Dann haben wir für alles Energieupgrades und können glücklich sein. Du kommst nochmal rein und machst nochmal Sand und dann haben wir wieder auch mehr Glas und dann passt das auch wieder alles. Also ich habe dir was gefallen, wenn der Brust den ganzen Stabern screenen. Ich meine, das ist jetzt natürlich ganz am Ende des Streams, aber ich mache das jetzt so. Das habe ich jetzt als okay gefunden. Gut, dann wünsche ich euch eine gute Nacht oder einen guten Tag, wann auch immer ihr dieses Video guckt, auf YouTube. Eine gute Nacht in den Stream und tschüss. Gute Nacht.